hier ist eine schöne ebene fläche von dir das problem ist dass das eigentlich voll dumm ist was ich gerade tue. warum? wegen dem boden. ich sehe mich das schon als ich rausreißen. ich weiß schon was du meinst. mach erstmal. tu mal bei dich machen tun da. und backe brot ich stehe an einer crafting bench. ja das ist eine heiße wettbewerb. wer weiß was da noch alles passiert. eine ganz heiße angelegenheit. das kann ich glaube ich auflassen. ich habe einen vernünftigen abstieg rein. ein voller abstieg. und wo war denn wo? oh gott. hey? ich bin willi. ich weiß nicht wo ist. aber ich denke mal irgendwo unterirdisch. wo war denn jetzt in unserem hin? also in der höhle. da wo das schon ist. wo ist denn ich hab schon. ja so ein bisschen kennzeichnen, dass ich das wieder finde. aha. weil da werde ich dann irgendwann das lager ausfällig habe. mache ich dann vernünftigen abstichen. machen wir erstmal den ganzen gras weg. ruchstein. also cobblestone. oder normalen stein als abstieg. oder aufstieg. ja für die treppe die da reinkommt oder? ach so du meinst ja bei dir. um auf den berg hoch zu kommen. ich würde ruhig cobblestone nehmen. man hebt sich dazu ein bisschen ob sieht man da besser wenn man hochlatscht. dann crafte ich jetzt erstmal 30 milliarden treppenstufen. oder treppen. ach doch so wenig. stufen oder treppen? stufen. na wobei. sind ja eigentlich zwei stufen. also ist es schon eine treppe. ich mache erstmal. ich habe jetzt erstmal. oh gott es kann sein dass es zu viel ist. ist nicht schlimm. irgendwo werden wir die schon verbauen. sind wir nicht in der mine. so wie mache ich das jetzt. haben wir noch holz da oben? äh kurz kann ich dir das sagen. nö. gut. aber ich habe noch 55 fichtenholz. im inventar was du noch verwursten kannst. ja nicht als brutter. ich werde wahrscheinlich äh. ja also ich habe fichte. ach so du willst äh. genau. allgemein keine fichte haben. alles klar. ne das meinte ich jetzt nicht. für die appen. ja auf jeden fall. ja ja ich habe fichtenholz. normal. kann ich dir geben. äh. ja ich habe fichtenholz. mh. es könnte schon was reichen. und? mal wie er die musik ausmacht. hört es irgendwie kackern. oder dein gehört. white chapel und die äh. musik dann eben dazu. brauchst du jetzt noch? ja. geht's schön. danke. müsste so lange genug sein dann gehen. ein schwarzes Schaf. verbrennt es. pfff. 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 da. da ist die Erde. Bau einfach mal als willst du Kisten setzen, so ich ja mal mach. Pfff. 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 alles geplant 1,2,3,4,5 naja gut, ne einer Tür auf jeden Fall ne Tür aber ihr wollt ne Tür Zuckerrohr wächst auch so soll ich den Abstieg machen oder wo ich hier gerade bin hier Moment also dass man hier quasi reinzoomen also wolltest du da ne Brücke machen ich kann mal überlegen wie ich das mach weil einfach nur stumpf nach oben ist ja kannst du ja machen also Brücke dass man da hoch geht dass man dass man dann hier sagen wir mal ankommt ja da wo diese einzelne ne ich würde sogar noch höher gehen wo diese einzelne Diori Block auf der Kohle liegt ja dass du da ungefähr ankommst der Brücke ja und ab da würde ich sagen schlängel ich mich links lang am Berg das kannst du machen ja eine Holzbrücke würde ich sagen du musst nicht naja ich mach das schon ein Stückchen trinken was erstmal gute 5-0-er gute 5-0-er Weizen ja weil halt so schon kein Weizen trinken Weizen Dosenbier wenn schon wenn schon denn schon weißt das scheiß fällt hier weg ey noch n sack dauert eh noch ne halbe Ewigkeit bis das fertig ist hey da war eins fertig so dann 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 kommt es deine Tür eh komm schon dann da ne wand hin ach Gott so sind eigentlich die Hühnchenfleisch die ich oder die ich hatte hinbekommen weißt du verspeist danke fick dich selber eins hab ich noch nein hab ich noch hab ich auch so verstanden kannst du mir doch nie verhobern lassen aber ich war der Aufnehmende ja jetzt bin ich dann ja geb ich dir auch nichts mehr so dann kommt da ne wand hin Kiste Kisten Kiste Kisten Kiste Kisten 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 also man überlebt mit nem halben Herz für meinen Hunger ne ja dann wird das gleich bei mir der Fall sein wenn ich komm her ich hab wie gesagt nö nö jetzt will ich auch nicht ich hab eine Kartoffel gefunden äh die haben gefunden keine Ahnung wahrscheinlich von irgendein Zombie möglich und Tasche aus drei Eiern nichts rausgeholt ja echt jetzt wird schon wieder alt natürlich wird das dunkel äh manch manch das Hühnchen wirklich nicht dann is sie das soll ich das hier offen lassen wo ich rad bin ja mach zu soll ich das offen lassen ja mach zu ich sagte ach mach zu ach so ach so wenn ich ihn nachts rumbau mach ich ein bisschen schäler wieder aus so das fällt es für die wir werden überleben naja sag das ist nicht zu früh hoffen hier ok dann fang ich mal an womit denn der brücke wie der bridge der rich bitch und so ok ich werde noch eine ganze Menge stein brauchen ich auch aber ich noch nicht weiß ob das aus dem brick so geil aussieht ok wie hoch ich überhaupt kann wenn ich das so baue da noch eine kiste so und dann das dach also an den jurid block komme ich nicht dran aber ich bin vier darunter na steiner kannst du das nicht machen ne als sei nicht in den treppen aber ich finde oder wolltest das eventuell mixen dass es ein bisschen rundig aussieht da bräuchte ich dann jetzt erstmal stein um treppen zu machen ich baue das erst mal so hoffen dass das wird wird hat was da ne ja zolitik geht klar ja er hat schon einverprügelt verdammt, hast du noch die Hacke? ja kannst du mir die mal entgeben dann kann ich Kartoffeln anpflanzen natürlich, ich baue eben ganz kurz die letzten Blöcke hier Dankeschön die muss ich auch ins Wasser setzen ans Wasser ja, also halt Zombie bei dir ach da hinten ja, komm her bauen wir hier mal was weg ne, nicht zwei Pöper zumindest nicht, wenn einer nicht Charged ist wenn Charged ändern richtig, ne sie nein boah hauptsache ich habe erst den Schaden gekriegt und bin dann gestorben wow und ich werde meinen Spawnpoint neu setzen müssen, ich klitsche jedes Mal in Berger ach ok verdammt, ist dann 15 Level so schnell kann es gehen ich muss jetzt voll aufpassen wie gesagt nur noch wie gesagt nur noch ist das aber leicht am Linden äh, wahrscheinlich liegt es an mir alter, hast du das Wasser weggemacht? blöde Sau ich werde jetzt mal nach runter gesprungen uiuiuiui hat das Skelett nein, das ist nicht cool ach ja, im übrigen hat das Wasser da weggemacht, ne? ja, hab ich mehr hab doch gesagt, das erste, was ich mache, ist das Wasser weg ich mein, sie hört immer zu was? au 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 gut zu schießen mhm mhm